Wir melden uns zurück im Programm und schalten direkt nach Waldesch zum Haus der Kulturen, dem neuen Projekt von meinem Kollegen Mario Specht und wollen mal den Stand der Dinge wissen. Mario, bist du im Zeitplan? Wie weit bist du gekommen? Denn am Sonntag ist ein großer Tag der Eröffnung. Ja, Mandy, da hast du recht. Am Sonntag ist der große Tag. Wir wollen nämlich am Sonntag hier unser Haus der Kulturen und Integration Waldesch e.V. eröffnen. Vieles passiert. Ich habe mal gerechnet, es waren knapp 20 Tage, indem wir hier aus einer ehemaligen Kneipe, einer leerstehenden Kneipe, wirklich das hier geschafft haben. Wir haben die Räumlichkeiten umgestaltet. Wir haben ja eine Möglichkeit gegeben, um zu integrieren, um einfach Gemeinsamkeiten auszutauschen. Und jetzt am Sonntag lernen sich, und da bin ich auch total gespannt, erstmal so alle ukrainischen Familien, die jetzt hier in Waldesch leben, kennen, weil sie alle kommen. Die Gastfamilien sind mit dabei. Und ich glaube, das wird wirklich ein ganz toller Nachmittag, eine ganz tolle Erfahrung. Und ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, Mandy. Super, aber du hast doch auch nach einem Klavier gesucht. Hat sich da was bei dir ergeben oder hast du mittlerweile eins? Ja, ich hatte ja auch einen Aufruf gemacht, weil ich gerne ein Klavier hier in den Räumlichkeiten hätte, weil ich stelle mir das ja schön vor, wenn jemand Klavier spielen kann oder es lernen möchte. Man sitzt hier bei Kaffee und Kuchen und einer klimpert so ein bisschen auf dem Klavier rum. Es ist einfach eine ganz, ganz tolle, ja, ganz tolle Atmosphäre. Und nach dem Aufruf gab es sage und schreibe, also ich sag's so, sieben Klaviere hätte ich jetzt haben können. Also das heißt, ich hätte ein Geschäft aufmachen können. Die Resonanz war wirklich sehr, sehr groß und da möchte ich mich auch nochmal bedanken. Wir haben jetzt hier ein schönes antikes Klavier, da muss noch nächste Woche der Klavierstimmer kommen. Und das passt hier optisch einfach ganz, ganz toll rein. Und sage einfach vielen, vielen Dank für all diejenigen, die uns mit einem Klavier helfen wollten. Vielen, vielen Dank. Tolle Neuigkeiten, die du uns da mitteilst. Aber habt ihr euch denn schon ein Programm überlegt? Ja, natürlich wird es auch Programmpunkte geben. Also wir machen ja nicht jeden Tag hier unser neues Vereinsheim auf. Es gibt verschiedene Veranstaltungen, verschiedene Veranstaltungstage, wie zum Beispiel jetzt am Sonntag die Eröffnung. Die halten wir eher noch ein bisschen klein, damit sich also die Leute, um die es geht, auch kennenlernen, wie ich eben schon gesagt habe. Dann wird es aber echt schön für Jung und Alt. Am grünen Donnerstag ab 17 Uhr ist hier das große Osterbasteln und Ostereierfärben für alle Kinder aus den ukrainischen Familien und Freunde und Gastfamilien. Und er wird hier fleißig gebastelt, gewerkelt und Eier gefärbt. Was dazu gehört, Ostermontag haben wir einen Kaffeeklatsch beispielsweise. Dann gibt es Informationsabende. Und ja, wir sind jetzt natürlich auch händeringend dabei, Facebook, Homepage und, und, und. Da muss ich sagen, vergelt es Gott, das dauert alles noch ein bisschen. Wir haben halt wirklich unseren Fokus vom Verein darauf gelegt, die Räumlichkeiten hier fertig zu kriegen und alles andere, Flyer und professioneller Internetauftritt und sowas, das folgt halt alles noch. Und der Verein steht mittlerweile? Ja, die Satzung ist durch. Wir haben auch schon ein Konto bei der Bank, das ist ganz toll. Aber wer schon mal einen Verein gegründet hat, weiß, wie schwierig das ist. Da muss es ans Finanzamt, als gemeinnütziger Verein, muss das alles dann irgendwie auch durchleuchtet werden. Ist das alles richtig so? Dann geht es durchs Amtsgericht. Und die Schritte sind jetzt alle eingeleitet. Wir haben unseren Namen, wir haben unsere Satzung, wir haben unsere sieben Mitglieder, Mitglieder, also die im Vorstand dann auch sind. Also ich denke mal, das ist jetzt eine Frage der Zeit. Und ich hoffe, dass das alles ganz schnell halt wirklich auch durch die Ämter durchgewunken wird. Nun erzähl doch mal, wie kann man denn euch und eure Arbeit unterstützen? Denn ich denke mal, viele Zuschauer wollen das hier bestimmt tun. Ja, sehr gute Frage, Mandy. Wie kann man uns unterstützen? Ich sagte ja gerade, wir haben ja schon ein Spendenkonto, ein Beitragskonto, wenn man auch Mitglied werden möchte hier vom Haus der Kulturen und Integration WaldescheV. Ich denke mal, unsere Mediengestalter sind jetzt so fix, dass jetzt die Kontonummer unten eingeblendet ist. Jeder Euro hilft uns natürlich. Die Kinder gehen nach den Osterferien in die Schule. Wir wollen halt wirklich auch helfen und gezielt helfen. Und das kostet natürlich auch alles Geld. Und wer uns unterstützen möchte, da sind wir natürlich sehr, sehr dankbar und freuen uns über jeden Euro, der uns erreicht. Super, dann wünsche ich euch viel Erfolg für die Arbeit und euren Verein. Mandy, vielen, vielen Dank, dass du nochmal reingespinkst hast hier ins Haus der Kulturen. Ich sende schöne Grüße ins Studio und auf bald.